Hallöchen Popöchen und Herzlich Willkommen Zurück bei Mein Name ist Innocent Tomi! Tomi! Das ist aber unfair, also das macht man, das macht man nicht Na, ich hab keine... Jawoll! Meine erste Runde lief eigentlich ganz gut, wie lang war sie jetzt? Jetzt kommt die richtige erste Runde 31, warte Wir hatten 100 pro die Babygun 48 Sekunden 48 Sekunden So, es war Curry Ziel schießen Nein! Schön Dann ist es Curry Ich war schon mal mit beiden Oh, Tobi! Ey, den hätte ich noch gegeben, Alter, wieso bist du nicht tot? Tobi, was war das denn mit der? Ich bin heute krank, Curry, ich kann nicht so viel reden Achso Hier ist Tobi, ich bin da beim Tobi Der ist es, der ist es, der ist es Hä, wieso flieg ich denn gerade? Hä? Bei mir fliegst du aber auch Hast du ein Jetpack? Der Tobi ist Traitor Der Tobi ist Traitor Ja, ich weiß es dir auch nicht, warte mal Ich bin da oben Tobi Hä? Was denn? Echt? Wie? Tobi, wie sieht's aus? Gere. Nein! Nein, warte warte, warte! Nein! Warte, warte! Nein, warte, warte! Warum machst du das denn mega drehen, ey Ahhhh Wer ist das da? Tobi! Ok, du bist halt der Tobi ist auf dem Gebäude mit dem Zementmischer Okay, alles klar Was für ein Zimt? Tobi! Was machst du denn? Ja, ich war... Warte, war das denn gerade? Mäh, also... So... Yeah, Paar, tut mir leid. Wieso? Ich mach mal hier mit. Voll geiles Schießen! Ja, mach ich jetzt auch. Ey, Trader, das ist jetzt ein paar Tabu-Mann, Leute. Ach, Mann, Alter! Warte mal, stopp, stopp! Warum ist das immer so laut, ey? Ich dachte, du warst so am Schleichen. Ich hab dich geschossen! Ich hab dich geschossen! Hör auf jetzt! Was soll das, Alter? Okay, dann nehmen wir jetzt Starbound auf. Hä? Was? Vor den Sack! Vor den Sack! Wo warst du? Warte, warte, warte! Yeah! Yeah! Die Scheiße-Doge! Eier! Pan ist es, Pan ist es! Was hab ich gesagt? Ah, shit! Scheiße! Yeah, Tobi! Fett entkommt geschossen! Was los? Wo kommt der denn her auf einmal? Aber ich fand das Klang sehr gestellte... Ah, shit, Mann! Dankeschön, Tobi, du Arsch! Was soll das? Weiß ich nur noch... Gleiches Brunft! Was hab ich getan? Backup, Backup! Nein! Backup! Yeah! Ja! Curry, ich habe dich gerecht! Boah! Nein! Jawoll! Jetzt hab ich dich gesehen! Du prübel dich mit Mama! Achso, ich dachte, du rapst mein Gesicht! Boah! Pan! Nein! Ich steh hier! Was war das denn... Alter, Kevin? Was war das denn grade? Warte Pan! Nein! σεilet! Jetzt, Mann! Naja! Tobi! Was ist los, Tobi? Was ist los? Oh, ich habe keine Muni mehr! Wenn man Spaß hinten mit T schreibt, du weißt, was da rauskommt! Tode hoch ist, Sieikern, degli Truth Evangelium Tur�! Co-hohohohohohoho, Weil sei ihr? Weil das ist voll ungewöhnlich... Hä? Sorry, Tobi. Curry? Sie sind beide tot. Ja, das find ich ganz gut. Wer atmet da so creepy ins... Tobi hat ne Babygun. Nein! Ja, Mann! Und bin dann rückwärts irgendwo reingestolpert. Cool. Yeah! Yeah! Juhu! Aua! Yeah! Curry! Gib deine Drecksau! Nein! Sorry. Alter, was war das denn grade? Aua! Eine Minute zwanzig. Aua! Mann, der kämpft mal die ganze Zeit rum, die Kämpfrau, Alter! Was war das denn? Nein! Ich wollte doch nicht auf jeden Fall. Nein! Ja! 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 Das war aber jetzt krass. Anna! Nimm das zurück, was du grad hattest. Ich hatte nicht mal was anderes. Ich weh dich doch nicht. Das heißt, du musst Traitor sein. Pan! Ne! Hier Pan ist es! Du Dreckst du! Oh! Alter! Warum soll ich denn? Na, das will ich niemanden tun. Ich dachte, du magst mich. Ah! Ne! Ich hab die Apule gerade aufgeräten. Und hat Thriller gleichzeitig gespielt. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Biss die? Hier. Ach, schade. Schieß mal, schieß mal irgendwas. Also, ich bin... Nein, stopp! Stopp! Wir können doch drüber reden! Ah! Ah! Curry! Na, der Drecksack! Ich weiß. Okay. Nein! Oh! Ja! Kann man hier aufhängen. Kann man hier aufhängen. Nein! Ey, Pan! Alter! Was war da denn schon wieder? Was denn? Alter! Curry, Curry... Yeah! Aber diese Zeit, das ist... Manchmal ist es verpackt, man. Ich hab die am... Komm, geh doch mal reinfahren! Alter! Curry, du Drecksau! Ey, das kann sein, ey! Junge! Tobi! Fart Alter! Ähm... So! Ey, ich war traitor! Was soll das? Ich wollte grad mit der Box reinrennen! Warum hast du auf mich geschossen, die? Den nehm ich so. Mach die denn nicht so. Ach, ich schieß auf mich, Curry, pass auf! Curry, pass auf! Dann schieß dann nicht auf mich. Hui! Oh, Scheiße! Nein! Nein! Mann, ich wollte nur rumfliegen! Entschuldigung! Tut mir leid! Ja, ey! Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber jetzt hab ich sie noch vergessen. Auf jeden Fall nicht so nah am Stargate stehen. Ich hab gesagt, Hunde husten, das ist was Legales. AAAAAH! AAAAAH! Jawoll! Curry, what is los? Schön! Nein! Ja! Alter, ich hab genau neun Schüsse noch übrig! Boah ey! Das war mein allerletzter Schuss grade! Abreden. Thomas? Ja, Alter! Was war das denn grade? Da wackelt die Tonne noch, weißt du? Ey, das war der Wind, man. Ich bin da sehr vorbeigerannt. Ich hab ihn gehört. Curry ist Traitor, ich hab ihn gesehen. Da ist er. Echt? Der dreckige Curry, dankeschön! Ja, er ist hier hinten da, wo du... Im Anfangsraum. So! Was soll ich denn machen? Ich hätte nicht mal kiezen müssen, Mann. Waren wir wieder alle am Rutschen, Curry? Eigentlich müssen wir jetzt Tobis Leiche suchen. Pan? Weil Pan ist ja offensichtlich gestorben, weil... Tobi ist später. Wer? Tobi! Nein! Der schlicht ja grad mit nem Boomerang durch die Kanalisation, der Wichser! Was ist denn da für ne Mucke? Ich hab den Boomerang mit dem Geistblicker. Alter, die Mucke! That's what she said! Bitte. Nein, Tobi! Wo war der denn denn? Jetzt war ich... Er war die ganze Zeit da in dem Haus, wo du warst, auf dem Dach. Jetzt war ich... Er war nur drinnen. Ja, ich... Ey! Was war das denn? Tobi! Tobi! Du! Du! Tobi! 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 Alter Pan! Hä? 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 Was war das denn jetzt? Alter, die Pan ist so geil. Der Tobi wurde aufgedeckt und dann hat er die Pan zum Schweigen gebracht. Tobi! Tobi! Hey, ihr Schwein! Du musst ja irgendwo sein. Ja, 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 ja! Ja! Uhuhuhuuu! Tobi, was ist los? Ja! Der Tobi, Alter, hat einen ärzenden Besitz! Weißt der Tobi von dem Spaß? Ich weiß nicht, wer es von euch ist. Ich hab keine Ahnung. Hat der Tobi grad geschlafen, als er Spaß hat? Was war das? Parn! Sag ich doch! Schade! Mann, Parn! Parn, ey! Warte los! Ich geh mal, ich nehm mal Vorsicht, hab ne andere Waffe, bevor ich alles aussehen. Äh, wen haben wir denn da? Alter! Alter, das gibt's doch nicht in ihm! Pass auf! So! Das stimmt doch gar nicht! Ich seh mir doch keinen! Ja! Nein! Ja! Ja, Mann! Du dreckiger! Warte mal, wo ist Parns Leiche, Alter? Ist das lustig? Au! Er ist wieder irgendwo seiner Snipe am Campen, Alter! Tobi! Tobi, jetzt gehen wir! Corona! Dreckiger Wichser! Das macht dann einfach so so Tofus Leiche gegen! So, Parn, das war's! Ich würde so viel Hate kriegen, ne? Ja, natürlich. Aber jetzt hattet ihr mal bitte. Ja, ja, ja. Was ist denn so? 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 Ähm. In der Zehn. Scheiße. Curry, du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser Curry. Du kleiner, dreckiger Wichser. Ja. Ja. Alter. Können sie mal die Mücke dahinten leiser machen? Ich glaube, es hakt hier. Ich muss das machen. Ja, ja. Hä? Was war das denn, Tobi? Mann! Ich hab keine Waffe! Tobi. Tobi. Pan. Schießt nicht auf mich. Die Pan ist es. Die hat grad ne Furzdingens auf mich gesessen. Ey, auch wieder getroffen, dass das... Ja. Ja. Erik ist es. Erik ist es. Nein, es ist Pan. Ja. Komm. Nein, warte, ich hab keine Klappe. Ach, Pan ist es. Ja. Hä? Boah, ich hab dich gar nicht bemerkt. Wo liegt der Curry? In deinem Anus. Ey, hör doch mal. Alter! Hä, Tobi. Was würdest du mir erzählen, Tobi, Alter? Ey, Curry, ich hab dich nicht getötet, ne? Ne, hat er nicht. Hast du dich verarschen, Alter? Was? Mann, geh doch einfach zurück in den Ball. Ah, das tut mir der Shotgun nicht. Scheißegal. Aber... So, alles klar. InnoCenter gewonnen. Super Runde. Was ist das denn, Spieler, mit deinen Blitzattacken? Nein, ich wollte blitzen. Ich wollte mal was anderes probieren, aber es war so schwer zu treffen. Manu. Ich wollte keine Sache machen, warum die Pan nicht schießt, weil es tot ist! Nein! Ja! 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 Du dreckigen, du dreckigen Luder! Mach gedacht, weißt du. Hä? Erik ist tot, Tobi ist es. Ah, ist klar, Pan ist Traitor. Hä? Du bist gerade im Traitor-Menü. Was? Bin ich im Traitor-Menü? Ich war Traitor-Menü. Ich bin hinter dir hergelaufen, du bist aber stehen geblieben, was uns rumgereiert. Geil, Mann! Erik, hast du... Hä? Wieso schieß die Katze nicht? Er hat ja die Blutflecken fahren. Er hatte da ja die Blutflecken. Also, ich werde jetzt nur am Erik bleiben. Alter! Hä? Weil du mir dauernd hinterher gelaufen bist, Curry. Gut, das kann ja wissen. Sodass er sich nicht bekriegen kann, dann ärgert er sich nämlich, weißt du. Vielleicht kommt die Bombenführe an. Der ärgert sich. Renn weg, renn weg, ey. Ah, mit der Katze. Lol, Tobi! Nein, Karriola! Du Spacken, ey. Wieso, du Spacken? Mit ne Re? Was ist denn mit hier los, Alter? Ja, dann muss es die Pan sein, eigentlich. Boah, endlich die Pan. Drecklauber, steck dich mal aus da. Ernsthaft? Ja. Warte, ich sehe den Arm. Ah! Es war gar nicht mehr, ich wollte halt... So. Ich und meine Pussy, wir warten schon auf dich. W-wes? Komm mal, Erik. Ey! Ey! Wo warst du? Ich war hinter dir. Ich kam aus dem Pool raus. Gehen Sie mal bitte weg von mir. Ah! Curry kam gerade aus dem Traitor-Raum. Ahaha! Der kam gerade aus! Ahaha! Nein! Nein! Alter! Nee, was? Nein! So, mach mal das, Tobi! Was? Ah! Mit seinem fucking Speer, weißt du? Du bist zu fett für die Wand, Curry! Du bist zu fett für die Wand, Curry! Tobi, du kleiner dreckiger Wollerase! Oh, kleine Pussy! Nein, Erik! Nein! So! Was ist hier los? Tobi hat auf mich mit einer Forzgranate geschmissen. Mit so'n Forzfeil. Eigentlich ja, Erik. Forzfeil. Aua, Erik, bitte! Nein! Jaaa! Tobi, alter! Ich wollte die Tür noch so weit! Gevor ich gefurrt es habe, erstmal noch fett den Tobi und auf den Ballern. Wenigens etwas Gutes heute. Sau, Finger! Nein! Ja! Das war Tobi! Du Dreck-Sau! Nein! Ich hab dir Dreck-Sau! Ich hab dir vertraut! Ich hab dir meine Kinder anvertraut, Mann! Nein! Hat er gar nicht! Nein! Tobi! Ja, ist mir leid, du! Ja, ist mir leid, du! Ey, lass mich! Hier! Hier bin ich! Erschieß mich! Erschieß mich! Ah! Juhu! Juhu! Mein erstes Mal drüber! Wie gut! Wie gut! Alles klar, komm her! Hier! Ich war ganz schön, da geht's nicht mehr! Hey! Erik ist es! Erik ist es! Ich hab noch 3 HP! Nein! So, hier! Geschlossene Gesellschaft! War das Tobi? Nein! Ist keine... So! Ich hab vorgewarnt! Ich hab vorgewarnt! Erik hat dich gekillt! Ja! Das war aber berechtigt! Ey Tobi! Curry! Welche Seite muss ich rutschen? Ist es egal? Ich hab keine Ahnung! Das ist egal, Tobi! So! Erik ist es so klein! Du bist ein Mixer! Es ist ein Mixer! Was ist das hier los?! Oh! Der war gut kassiert, ne? Nein! 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 Yeah! Yeah! Bam! Curry! Was ist das hier vor einem? Magnet! Das ist doch einfach! Du Drecksauch! Du Drecksauch! Du Drecksauch! Du Drecksauch! Ja! Mobi wär das! Krass! Wie kannst du? Mann! Warte! Mobi! Ey! Okay! Pan wurde gekillt! Traust du dich nochmal? Traust du dich nochmal? Schieß damit! Gleiches Recht für alle! Schieß damit! Hier! Ah! Komm! Trader Raum gibt's gar nicht! Alter! 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 Du siehst hier alles unter Flammen! Tut mir leid! Was von dir? Ist das dein Ernst, Erik? Ich lerne auch noch! Ich lerne auch noch ein bisschen damit her! Nein, nein, nein! Ey, Komi! Was machst du denn? Hahaha! Hast du da reingefallen? Hahaha! Oh nein! Hahaha! Hahaha! Ist schon nicht gut! Hey, raus hier! Ja, ich bin auf! Moin Moin, Komi! Wer ist denn gleich mit mir was Deckeres? Tobi, hau ab! Alter! Alter! Ich hab da noch ein Schlimmer für den... Wer war das? Dann töte mich! Dann töte mich! Nein! Nein! Bist du mir das zufrieden? Alter! 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 Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Was macht der da? Was macht der da? Ey, Erik! Erik ist es, Erik ist es! Weg, weg! Nein! Ja! Ja, das dachte ich auch! Oder? Ist sie nicht? Warte mal! Super! Das war Erik! Sinnlos! Hätte, möchte! Ja! Das ist ne neue Taktik von dir! Ja! Ja, okay! Offensichtlich! Alles klar! Hörst du mal auf jetzt! Nein! Oh! Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Ähm! Das wollte ich nicht! Okay, wer ist der Traitor von euch? Der Erik ist es doch! Ja, natürlich! Ich bin immer Traitor! Der ist es! Natürlich bin ich immer Traitor! Was? Wir sind hier einfach so ein menschliches Kaugummi, Alter! Schießen, schießen! Oh nein! Yeah! Yeah! Was geht'n, Leute? Was ist denn hier los? Hä? Oh nein! Oh Mann! Wie soll ich hier? Schau mal! Ich hab ein bisschen zu viel Spaß für mich! Was? 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 Ich muss diesen! Nein! Du Sau! Du total Sau! Au! Du Akkonto, ey! Was machst du denn? Hey! Andy Oskar, gehst du! Ey, ey, ey! Schieß mal mit der Pistole, Erik! Kann ich ausmachen wärst du von dem... Schieß mal! Warte, warte, warte mal kurz! Der Minister! Komm! Oh Mann! Oh Mann! Wo denn? Und wenn ihr da... Da vorne... Was sagst du? Ja! Oh ja! Ewig! Oh! Mein Hasenjag! Ah! 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 Oh ja! Ewig! Oh! Mein Hasenjag! Warte mal! Warte mal! Nein! Geh mal weg von den Fässern! Weg von den Fässern! Weg von den Fässern! Oh! Entschuldigung! Ja! Der Tracker ist voll schlecht! Ach so! Ich bin Superman! Hä? Baby! Es ist nochmal allgemein dazu zu sein, dass... Panerin Richtung Traitor-Raum? Das ist natürlich auch nicht nur... Spaß und Spaß! Hä? Das darf man auch nicht vergessen! Was ist das gerade? Tobi, ich bin... ich hör auf! Ich bin kein Später! Bitte! Erik zieht's auf mich! Das ist dein Scheiß, eh? Scheiße! Nein! Ich bin ja geschickt! Der ist nicht! Yeah! Auch vom Dach getötet, du Arschloch, ey! Aua! Ja siehste, sag doch mal was! Mist! Wie du! Tobi, es ist... Ja, ich werde... Pan, es ist Pan, es ist... Pan wollte mich grad mit nem Baby abschießen! Der Fall war... Jetzt alle Hashtag... Äh... Also... Hörst du auf! Hörst du auf! Ich bin dafür, dass es zum Farben ist! Voll lustig! Ah! Ah! Ich werde... Beschossen! Run! Ah! Ich bin total unschuldig, lass mich in Ruhe! Erik, ist das dann scheißernst? Ah! 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 Ja! Ja! Ach man, ich soll nicht wahr! Der war doch fast tot! Der schießt nicht an, seit auf mich! Was ist denn mit dir? Alter! Alter! Was? Was denn? Ist das ernst, Erik? Shit! Ich hab's grad aufgemacht, von der anderen Seite ist ja... Da ist ja keiner. Die Pan ist, glaub ich, drin und lebt da noch. What the fuck? Ich bin drin! Ey! Jemand hat das kaputt gemacht! Äh, hallo! Ah! Nein, 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 alles gut! Tobi! Pan! Erik ist es! Erik ist es! Pan! Bitte! Tobi liegt hier tot! Bitte! Du musst ihn erschießen! Damit das mal klar ist, hier! Was machst du denn da? Der nervt! Was machst du denn da? So! Baby! Wer war das? Okay, was bestell ich mir denn heute mal hier? Also... Okay, beide haben aufgehört zu reden. Das heißt, einer von... Thomas! Okay. Ja, bin ich dafür. Curry? Hier, bring mich um. Mann, ey. Du wusstest doch, Alter! 15 Sekunden! Okay. Oh, ne! Erik ist es! Ich bin's! Okay, das ist wieder Curry. Curry lebst du auch noch? Was? Was? So, in diese Richtung! Wow! Wow! Nein! Ja! Wuhu! Ja! Kleiner Arschloch, Mann! Jungs! Ey! Funktioniert! Das hab ich auch noch nicht so ganz rausgefunden. Dumm, dimm, dadum, dimm, dimm! Ich hab noch keine Ahnung. Ey, was machst du denn jetzt, Pan? Hä? Ja, toll! Hä? Aua! Erik ist es! Erik ist es, Traitor! Tobi, Erik ist Traitor! Mann! Scheiß Computer! Nein, Tobi, wir können doch drüber sprechen, Mann! Scheiß Computer! Okay, Tobi, wir brauchen neue Ausrüstung. Da hinten, hier hinten, wo wir hergekommen sind. Nein! Oh! Du hast gesagt, ich soll nicht abschließen. 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 Hä, Tobi, was? Hä, Tobi, was? Hey! Hey! Das ist die Banane? Erik ist es! Erik, ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Alter, was machst du da? Bakary? Hallo! Ah, Tobi! Freundchen! Also, ich trau dir nicht! Alter, Pan ist tot! Das war ich. Sorry. Ich bin irgendwie an der falschen Station ausgestiegen. Ey, was soll das? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Shit! Gib mir mal nen Tipp, wo du bist. Hier! Scheißig! Hä? Ja, die... Nein! Ja, aber echt! Das ist doch wirklich alles dazu! Das ist doch ein komisches Zimmer hier. Na, auch zu! Ich bin so f- für die Tür. Äh, was war das? Reiß jetzt Bescheid, wer ein Traitor ist. Ich auch. Geh weg! Geh weg! Erik ist es! Mann! Hab ich doch gesagt! Alles los! Alles los! Ich bin mal Pan... Pan... Hä? Hier ist Erik. Ur request. Eh... Erik ist es! Du schreist mir die ganze Zeit hinterher! Ich trau dir kein Meter Alter, ich schieb doch nicht Was? Und? Thomas? Also irgendjemand ist ja auf jeden Fall Traitor Ja, ja Wart mal, nein Und da gab es wirklich ein Mädchen, die auch aus der Türkei Die den Nicknamen haben Das fand ich ganz cool Es ist eingebrochen Ich war's heute schon 50 Mal der Wahrscheinlichkeit an der Alba Müsstest du gebeten sein Ey, stopp Slow-mo Curry Was? Hör auf damit Komm mal, Pan, hilf mir nicht mal, was ist los mit dir? Ich kann dir nicht mehr helfen Ich mach es in Tobis Gedenken Ach komm, ey Alter, hast du den gesucht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich der Tobi hört Ach ja, weil der, äh Was passiert? Wobei, jetzt werd ich aber gar nicht Oh, ey, Erik Was? Hä, manchmal geht's auf, manchmal nicht Oh, was ist hier los? Oh, da fehlt noch ein Knopf Alter Da fehlt noch ein Knopf Wer schießt der? Wer schießt der? Ja, das ist ein Tobis Nein, ich bin hier, der ist sehr grün Ja, sehr grün Ja, ist sehr grün Ich werd, aber wenn ich gleich nicht mehr re... Boah Pan, ich sag's dir Ja, bitte mein Gott To-de mein Gott Ääääääh Alter, Erik War ich nicht, war ich nicht Weil der Erik auf mich zielt und ich hinterm Baum eingekauert bin Ja, natürlich, weil du Traitor bist Ja, aber warum erschießt du deinen Tobi nicht? Hm? Warum erschießt du deinen Tobi nicht? Aber hast du, du hast direkt auf mich geschossen jetzt, natürlich mach ich das Ja, natürlich weil du Wuppe genommen hast Yeah, geil Was geht? Arschloch! Arschloch! Ich hab nicht! Arschloch, ey! Was sind das hier für Punkte? Ich hab die... die Super-Axt? Alter! Was war das denn? Alter! Die Super-Axt! Alter! Wie gut ist das denn? Alter! Alter! Nein, ich hänge fest, Mann! Okay, Curry ist Traitor. Ja, okay. Wo bist du denn? Ich bin nicht Traitor. Kennt ihr diesen Raum mit dem Müllhaufen drin? Welchen Müllhaufen? Gut! Hier, ich bin wehrlos. Ich bin wehrlos. Die Tochter des Generals. Was? Was denn? Das heißt so. Dann bin ich nicht gut. Was soll ich den Typen glauben? Den alten Curry. Ey! Erik! Erik! Warum tust du das? Erik! Erik! Was? Curry, lebst du noch? Nein! Alter! Wo ist der hier geflogen? Ich bin einfach, dass es eigentlich vorbei slide ist. Ja! Erik hat... Alter, du so eine Scheiße! Das kann doch nicht sein! Wie hat der nicht geworfen? Wie hat der nicht geworfen? Ja, wer es ist! Maaaas! Das kann doch nicht wahr sein! Beim Curry lieb ich einfach... Das war jetzt in Ordnung. Beim Curry lieb ich einfach, das war jetzt in Ordnung. Das ist doch spät! Ja, was ist denn davon? Falsch! Du stotterst ja nicht immer! Das ist echt gemein gewesen! Ich würd dich auch abschießen, Erik! Vielleicht würden das alle in die Kommentare... Hashtag... Bei Pan war wirklich noch nicht da! Ja, ich glaube auch! Erik? Hey, wie geht's? Erik! Erik hat gar nicht geworfen! Was hat er gemacht? Der Erik ist es! Ah, ich würde auch gehen! Wie komm ich da hin? Ich bin der Geist! Woah! Ey! Erik! Äh, Erik! Was denn? Erik? Was denn? Was denn? Äh... Ahn? Ähm... Tobi? Der Curry wurde gerade von einem Bumerang erschlagen. Okay, wer war's? Erik! Was denn? Erik! Was denn? Was denn? Du, kleiner Dritter... Alter! Was los? Was? We have something strange! We have something strange! Wie leichter da liegt, Alter! Die Direktor! Ich versteh diese Karte auch nicht! Entschuldigung... So... Ach so, bist du Traitor oder was? Tobi? Ja! Bist du Traitor Pan, ne? Nein! Ja, ja! Thomas? Erik? Ey! Ey! Was ist denn hier? Ah! Was? Was? Was war das denn schon wieder, Alter? Du kriegst einfach nix mit hier! Was war das denn? Entschuldigung! Was war das denn? Okay... Ich check auch nichts mehr, was passiert hier? Alla! Erik! Grad los, Tobi! Was denn? Ey, 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 ey! Alla! Der Schießt auf mich! Der Schießt auf mich! Du bist doch Wahnsinn! HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 22, der Wichser. Zeig den Pobi mal den Mixer, deinen Mixer mit W. Mein Wichs... Achso. Er hat da drauf. Was ist das denn? Ey, hör auf! Ich bin's auf mich! Ich bin's auch nicht. Ja, ich bin's auch nicht. Ob ich dir trauen kann. Hä? Bist du doof? Ist es wieder soweit? Ja, ey, hör auf W Arsch! Hey! Du kleiner... Das bin ich, das bin ich. Boah! Was war das denn bitte, Erik? W-Warte, warte, warte, wieso treffe ich nicht mehr mit dem Ding? Was war das denn bitte, Erik? Ey, wirs da gar nicht, wirs da gar nicht rollen! Ich dachte, ich wollte den Pobi jetzt da schießen. Alter... Mädchen? Ich schicke gleich mal Mädchen. We're going to love me! Was? Wer hat das denn gemacht? War das? Ich weiß nicht, ich hab jetzt gerade voll die... Wala! Ey! Erik? Was denn? Ähm... Waren? Wer war das? Tobi, nein, 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 Tobi! Tobi, Tobi, Tobi! Weißt du, was denn da aussieht, wo du da drin schwimmst? Tobi, Tobi, geh... Hört sich aus wie Schlumpfpisse. Okay, Erik, ich habe doch gedacht, du kriegst das. Du kleiner Dreck. Warte zu! Nee, das musst du... Also wenn du drauf landest, bist du noch nicht tot eigentlich. Doch! Wie soll ich denn... Hä? Da kommt doch nicht hin. What the fuck, Alter! What the fuck! Der war so tot! Hä? Geht gar nicht. Ah! Was war das denn? Wer ist da oben gestorben? Hat das Kling gemacht bei ihm? Ja, klar! Oh, Erik! Ja, klar, Erik! Der Erik! Der Erik! So! Entschuldigung. Aber das war es mir wert! Das war es mir einfach wert! Das war es mir einfach wert! Äh, Baby? Ja! Du! Ähm... Okay, hast du? Okay, warte! Äh... Ach, das geht! Hä? Wie hast du das denn? Cool! Das ist ja geil! Dann könnt ihr hier stehen. Ja? Tobi! Äh, Tobi! Was war das? Tobi, ist das dein Ernst? Tobi, ist das dein Ernst? Was zittert? Was zittert? Ich will dich furzen! Ich will dich furzen! Ich furze hier! Tobi, hast du nur Sniper? Wer furzt? Wer? Wer war das? Wer war das? Was passiert? Was passiert denn denn hier? Hä? Warum grinst du mich so komisch an? Ich grinse immer so! Erik! Was ist... Was ist... Was hast du hier gemacht? Tobi, Tobi! Ja, ich wollte es passieren! All Star Pan ist tot! Hä? Ich wohne hier! Voll in die Muschi! Lass den einfach ersetzen! Junge, was ist falsch mit dir, Tobi? Curry! Ich erschieße dich gleich, Tobi! Hey! Wer war's? Okay. Kannst du mich verarschen, Alter? Ja, siehste, Erik ist es... Ich hab's doch gesagt! Oh, fuck! Jetzt hab ich ne Mücke im Auge! Ah! Oh, irgendwas flirrt mir grad das Auge! Das muss auch noch nicht wahr sein! Lass das! Ich hab ne Mücke im Auge! Geh weg! Ja, und dann bleib doch mal stehen und beweg dich nicht! Sag mal! Willst du mich verarschen? Alter, hör auf mich zu treffen! Das ist illegal! Oh! Oh! Warte, Alter! Warte, Alter! Ich bin ja grad am zocken, tut mir leid, warte! Ja, geil, Alter! Lass mal... Ey! Der PC ist auch überhaupt nicht übertrieben! Hey, Alter! Bist du scheuert? Ja, geil. Das ist so gut. Es ist so gut. Es hört sich einfach so gut. Ich finde... Da ist jemand gestorben. Was? Ich hab einen Huhn gehört. Ich glaub es war... Ach du Scheiße. Warte, bitte nicht sterben. Nein, Pan ist tot. Alter, ich hatte die falsche Waffe. Pan, lebst du noch? Alter, du ziehst mir damit schnell... Leben ab, Tobi, ne? Sag mal... Oh, echt? Curry... Natürlich, natürlich. Geh weg. Hä? Wieso? Mann, du bist ein Scheiß-Brummerang, ey! Alter, Null! Ich hab gesagt, der Erik ist es eh, Mann! Oh man Das ist ja viel zu wenig Beweis, die standen auf dem Steg, kann doch was anders ok da hast du recht Tobi Jetzt muss ich fan gewesen JáIN, das kam von EUR Und ich töte euch jetzt beide aaaaaaaaaah Boah. H was? Otte Hü-Hü, Hüえ, Hi! Das sieht aus, als ob du's aufs Pferd kacken würdest. Otte Hü! Wo ist da denn?! Das ist schein im Schirm verstecken soem schein. Oh wie geil, eh. Soll das? Ja, Erik! ARDU LOS!!! Ihr solltet nicht hier unter Wasser gehen,weil Es ist ne Schneedecke anscheinend, oder ne Eisdecke, weil... Echt? Was ist jetzt los? Fahren? Das ist ja geil! Es ist nur noch Tobi suchen, und da hat man ja irgendwer... Ernsthaft? Hä, warum denn nicht? Weiß ich nicht, das ist so langweilig, und ich dachte du kommst, oder dann wärst du... Scheiße. Loll. Ey, was macht ihr denn da? Erik, komm jetzt hin! Ey! Ah, Erik! Wie schreit der denn? Was war mit Curry los? Hier ist der Erik, irgendwo. Lass doch... Ei! Nein! Nein! Bei Pony's kenn ich keine Gnade. Nimm's da einfach. Kannst ja auch brauchen. Ich... Ich wohne hier, deswegen stell ich mich mal da... Ah, moin! Ah, cool. Ja, ich hätt gern PT. Das steht auch sehr gut. Ja? Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Ich kann nicht, ich bin in meinem Kiosk gerade gefangen. Kannst du mal mit dem Boot einmal vorbeikommen? Geht's hin? Ich bin in meinem Kiosk. Er ist so süß! Es ist so furchtbar! Ich kann niemandem hier was tun. Ich bin eben los. Na gut, der Traitor hat jetzt noch drei Minuten rein. Was passiert hier? Ich bin grad total... Ich weiß nicht, wen mich trauen kann. Ja! Ja! Das gibt's nicht, Alter! Krass, das ist so... Muuuh! Okay. Nein! Hahaha! Papa! Alter, ernsthaft, Tobi? Das blöde Ding hat sich grad nicht getroffen! Hahaha! Hör mal zu, Karte, Mann! Ey, hör auf! Hör auf! Nicht schießen, Tobi! Stopp! Ey, bleib mal locker, ey, ey, du hast mich abgeknallt, ja? Hör auf! Ähm... Mann, ich will das auch sehen! Was machen die? Was machen wir da? Scheiße, und, äh, jetzt kann man natürlich mal gucken, äh, wie das Ganze, wie das Ganze so läuft. Ey, ich wollte... Alter, Erik! Mir wurde gesagt, dass das falsch ist, wie wir das gemacht haben. Hier muss man rein. Da muss jemand den Knopf drücken. Ah! Ernsthaft, Erik! Ob die Tür! Wat denn? Curry, was denn? Wolltest du was sagen? Womich'n du? Klassik weg! Oh! Ja, mach ich! Ey! Geil! Lebst Tobi noch? Ah! Ne, ah, ja... Ah! Ah! Mann! Meiner! Weiß ich nicht! Das haben alle gesehen, was du für ein Voll-Asi bist! Einfach! Heule doch nicht rum, ey! Boah! Was ist denn mit euch los? Mimimimimimimimimimi die eigene Discord-Hardin... Alter, sowas wie du läuft doch vormittags auf RTL! Heeeh! Was ist denn jetzt los? Warte mal, ich probier mal was aus... Heeeh! Ich geh rüber, heeeh! Hä? Was ist der Erik? Nein! Erik! Du hast den Erik auf dem Gewissen. Alter habe ich dich gerade da runtergekommen. Ich gehe da runter. Natürlich habe ich dich gerade beobachtet. Ich habe doch gerade gesagt, du bist auf den Dächern. Okay Curry, ist es wirklich. Ja? Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Weil ich gerade gesagt habe, Curry... Jetzt bin ich selber mal in der Argumentationskette gestolpert. Okay. Echt? Boah, Tobi, kannst du mal aufhören, damit immer wahllos Leute zu spielen? Ja, Tobi. Was? Was? Ich dachte gerade, du hast aus Versehen auf mich geschossen. Ich hätte dann... Was? Habt ihr gewacht? Ich bin ein bisschen ein Leif in der Wurst. Oder ein Riechmal in so ein bisschen. Ja, aber so. Donk. Nein, ich bin nicht Traitor. Ich werde mich jetzt umbringen. Natürlich. Also... Wuuu! Ah! Hä? 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 Der Erik ist runtergefallen. Hä? Hä? Achso? Der Erik ist runtergefallen? Ich bin auch runtergefallen. Ey, ist das doch ja ernst. Was ist das für eine Wunde, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Boah, ich brauch Alkohol. Ich brauch dringend Alkohol. Damit ich... Damit ich rechtfertigen kann, so beschissen zu spielen. Warte. Hau raus. Was ist denn da wieder... 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 Hängt wieder der Haus Schägen schief bei euch? Haus Schägen? Der Haus Schägen. Thomas. Kannst doch nicht einfach meine Freunde killen, Mann. Das ist voll unfair. Was? Nein, wo bist du denn? Mir ist damals das Kondom durchrissen. La 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 la. Unfassbar natürlich. Badislav. Willst du nennen? Tobi? Badislav. Na? Tobi, ich hast du nicht. Geh weg. Also ich bin beim Erik jetzt auf Fässer. Wenn ich gleich tot bin, dann hat er drauf geschossen. Okay. Oh mein Gott. Was passiert? What happened? Ich... Ich hab an Tobi bummerang gesehen. Ich schwör... Hey, was ist denn hier vorne? Random kill! Hä? Tobi, du bist du mir leid. Hä? Pan? Hä? Das hab ich schon gewusst als Preparing war, weißt du nicht. Ja, ich weiß Tobi, du fliegen. Du weißt alles Tobi, du kannst Gedanken nehmen. Ich bin Server-Admin, Alter. Server? Server-Admin bist du abends im Bett alleine. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh! Dinggigigigigigigigigigig! Was passiert denn jetzt? Hier, da ist jemand gerutscht. Alter! W-Wa-?! Okay! Okay, der Tobi hat ihn gekillt! Tobi hat ihn gekillt! Und ich verrede ihn da. Tobis Trader. Es tut mir leid, Tobi, bitte Du darfst mich jetzt umbringen am Anfang, okay? Auch wenn ich Trailer bin, Tobi, komm Ey, das war total ungewollt Ja, tschüss Genau in dem Moment ist er Das haben deine Eltern auch gesagt Endlich sagt's mal jemand Endlich sagt's mal jemand Weißt du was? Fickt euch doch hart Tschüss Ja, mach ich gleich, tschau Geil Tschüss Musik 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 Musik